Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Exer-Held. Und zwar spiele ich heute wieder Asphalt 8. Dann drücken wir hier auf Spielen. Oh, hier, ich habe alle Sterne. Am besten mal noch. Cool. Ja, kommt jetzt Tokio. Klassisch. Klasse D. Ja, okay. Eine Fast-Rolle und ein perfektes Nitro machen. Ja, Fast-Rolle ist zu cool. Ein perfektes Nitro kriege ich ja auch. Bestimmt. Ok. Tokio. 2. 1. Los Nitro. Nochmal Nitro. Ja, das ist schon ein perfektes Nitro. Cool. Nein. Ich will nicht schieben, weil ich schneller bin als er. Alter, der Typ regt auf. Stehe. Ah. Oh. Das Auto sich gar nicht mitspielt, Alter. Was ist denn das? Nein, 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 nein. Ja. 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 2. Ja. 2. Fangtier. 2. Ich schiebe mich ja alle. Oh. Die Stühle. ja ja ich bin gut ja ja nein ich darf eigentlich gar nicht fahren da klingt jetzt kreuz auf Geisterfahrer oh 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 ja so wo ja dicht dran ah wenn ich dicht an ein anderes Fahrzeug dran fahr also eines das nicht im Rennen ist dann krieg ich nicht drauf cool also das war richtig knapp und hier ein Turtel hui ah ne ich mach lieber keine so Dinger ja weil sonst bremse ich ja ab umso mehr kurven ich fahr umso mehr bremse ich ab und Wasserfahr auch nicht weil das ja eigentlich wenn es real ist es schwer abbremsen zumindest nicht gut ja 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 habe ich da gerade andere Mitspieler gesehen ja allein ich bin was dritter was vierter hä hat sich denn alle einen anderen Weg gefahren hä wie doof ist das denn sind die alle unfair ja ich kenne die Netzei noch nicht was kann ich denn da für Leute da einfach hier hoch ich parken ich parke jetzt hoffentlich ist das keine Sackgasse ich bin im Parkhaus wie lol ja du willst gut ab kommst du hier runter ja gut 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 von sich geht heim ja ich bin im Parkhaus man ich bin im Parkhaus der sattel der 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 das der das der 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 Stern-Bonus. Cool. Ein-Walt-Spiel. Ja. Weiter. Ich will nämlich unbedingt Erster werden. Drei, zwei, eins, nochmal. Der Knutro. Cheater. Hacker. Ja. Wir sehen ihn auch noch. Ja. Zehn Stunden später. Ah. Da, da ist gut, ist dieser. Ja. Oh. Wo ist er? Und? Ja. Oh, 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 oh. Ja. Alter. Der Tisch. Ja. Äh. Ich bin ein kleiner Raudi. Die anderen fahren... Oh, recht. Hä? Na gut. Die meisten folgen mir. Okay. Ich fahre lang, aber man muss ja, dass ich weiß, wo die hinfahren. Ich gebe jetzt einfach mal kein Nito. Dann vielleicht habe ich gerade viel Nito in. So. Dann wissen wir, wo die hinfahren. Wo. 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 Ich dran mal zwei. Was? Soll man schneller hinterher kommen? Ich fahre jetzt extra sogar im Wasser. Wo ich sie abbremse, oder? Bremst du es ab? Wo ich sie bremse gar nicht ab? Ok. Dann fahre jetzt. Und halt unten. muss ich halt jetzt bremsen so, dann kommen sie ah, hinter mir ok, Leute, wo muss ich jetzt hinfahren rechts und jetzt ich soll mal vorfahren hier nein, aber nicht ran oh Gott, die Figur ah, da, ok jetzt will ich aber wieder in vorne ja, danke nein nein wow hä alter, richtig in Sprung gut, ja 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 fangt ihr alter, ah, ah oh Gott oh Gott, ich muss erster werden, erster, erster, erster ja ok, jetzt werde ich erster die Bussele, die Sterne und die Laterne ja 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 erster ja 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 eine Runde übersprich ich mache einfach noch eine Runde, eiskalt zwar ok, Island klassisch das Korkenzieher und sprung dauert zwei Sekunden, ja das schaffe ich Korkenzieher auf eins 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 zwei eins eins gooo hooo ich überhole aber alle ich habe schieben ja die schieben mich ja ha 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 ich sehe immer ganz knapp voran pff pff ja und yeah oh 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 ja ja da kriege ich keine Tor ja ja ich hab' die Klemme aufgeräumt oh nur bei Gegenfahrenden was war hier rechts Geht! 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 Hä? Warum sind die alle da vorne? Wir haben fast gar keine Chance. Oh! 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 Sind alle wieder irgendwie rechts? Ich weiß nicht! Ich kann jetzt eigentlich Rechts-E-Move fahren. Hier? Oh. Ja, hier rechts rauf. Unidro! Oh, er hat er rechts. Allerdings greifen wir jetzt wieder hoch. Uh, da rechts hoch. Oh, oh, oh. Oh, da liegt ein Loch. Okay, jetzt ramm ich ihn. Ja, fast. Naja. Wieder ein zweiter. Oh, er ruht mich fast. Alter. Ja, erster. Alter, war das knapp. Ja, okay, dann, äh. Ja. So. Bis in einer Woche. Tschüss. Ja. 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 Ja.